In diesem Video nenne ich dir die 5 Gründe, warum ein Aromadiffuser die perfekte Lösung für die Raumbeduftung oder Aromatherapie ist. Hallo, ich bin Nadine und ich arbeite bei Stadler Form. Ein Aromadiffuser ist sehr vielseitig einsetzbar und vereint eine Menge Ansprüche. Aber weisst du, wie ein Aromadiffuser überhaupt funktioniert? Es gibt verschiedene Funktionsweisen für Aromadiffuser. Die einen arbeiten mit Ultraschalltechnologie und benötigen Wasser, während die anderen ganz ohne Wasser auskommen und ihren Duft zum Beispiel via Duftkugeln im Raum verteilen. In diesem Video geht es um Aromadiffuser, die Wasser benötigen. Bei diesen Diffusoren füllst du zunächst Wasser in die Wasserwanne. Gibst dann ein paar Tropfen ätherisches Öl hinzu, setzt das Oberteil wieder auf und verbindest den Aromadiffuser mit dem Strom oder drückst bei akkubetriebenem Diffuser den Anknopf. Schon verteilt der feine Nebel seinen Duft im Raum. Lass mich dir nun also die 5 Gründe nennen, warum Aromadiffusoren die ideale Lösung für Raumbeduftung und Aromatherapie sind. Erstens, du kannst den Duft sehr schnell und einfach auswechseln. Schütte dazu das übrig gebliebene Wasser aus der Wasserwanne, putze sie, fülle wieder Wasser ein und gib ein paar neue Tropfen ätherisches Öl hinzu. Et voilà, schon fertig. Und hier kommt der zweite Grund. Du kannst markenunabhängig wirklich jedes Duftöl verwenden. Das bedeutet für dich eine riesige Auswahl an verschiedenen Duftölen. Drittens, du kannst die Duftintensität frei bestimmen. Je mehr Tropfen du ins Wasser gibst, desto intensiver wird natürlich der Duft. Der vierte Grund. Du kannst zwischen einer Vielzahl von Diffusoren auswählen. Hier ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Es gibt recht minimalistische Geräte, wie etwa unsere Jasmin. Oder aber dann Geräte mit spezielleren Funktionen, wie etwa Julia mit der beleuchteten Nebelfahne. Oder aber auch unsere Lucy mit dem Flammeneffekt. Und last but not least, der fünfte Grund. Ein Aromadiffuser verteilt nicht nur deinen Lieblingsduft im Raum, sondern er ist auch ein echter Hingucker und ein großartiges Deko-Element. Wie du siehst, bietet dir ein Aromadiffuser sehr viele Möglichkeiten. Ob Raumbeduftung, Aromatherapie oder einfach ein Deko-Element. Mit dem Aromadiffuser hast du alles. Hat dir dieses Video gefallen? Dann gib uns gerne einen Daumen hoch. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare. Und wenn du mehr von solchen Videos sehen willst, dann abonniere unseren Kanal. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!